Hallo ASMR Freunde, mein Name ist Darenka aka OK ASMR Du bist okay, du bist okay, du bist okay, du bist okay, du bist okay Du bist okay, 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 du bist okay In diesem Video werde ich dich schminken Jeder ist willkommen, egal ob trans, straight oder gay oder irgendwas dazwischen Jeder ist willkommen Viel Spaß bei diesem Video Danke für jeden Support Würde mich sehr über ein Like, Kommentar, falls noch nicht geschehen, Abo freuen Okay, dann fangen wir mal an Als erstes wollte ich dich fragen, ob es für dich okay ist, wenn ich keine Handschuhe trage Oder ob es dir lieber ist, wenn ich Handschuhe trage Genau, also meine Hände sind clean Okay, ist mir auch recht, ich habe da keine Berührungsängste oder so Kann man gerne ohne Handschuhe machen Also, als erstes habe ich diese Creme, mit der ich dein Gesicht erstmal eincremen werde Okay Okay Creme dein Gesicht ein, ich creme dein Gesicht ein Okay 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 Got tired What you doing? Okay Uh Where are you? What you doing? Okay aty Rock Jetzt fühlt sich dein Gesicht sehr erfrischt an und irgendwie auch gesättigt, also halt feuchtigkeitsgesättigt, erfrischt, erfrischt, entspannt, entspannt, entspannt. Entspannt, erfrischt und feuchtigkeitsgesättigt an. Als nächstes habe ich eine Lippenpflege für dich. Das ist ein wenig, aber ich habe keine Lippenpflege. Wird er sich noch nicht so, was ich noch nicht so, dass ich meine Lippenpflege ist. Ich habe meine Lippenpflege und ich habe meine Lippenpflege. Riecht sehr gut nach Cherry Kiss. Schau mal da hinten. Ach, ich weiß auch nicht, was ich da gesehen habe. Okay, dann habe ich ein Make-up hier und ein Schwämmchen, mit dem ich es auf dein Gesicht auftrage. Okay. 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 Squeeze, squeeze, squeeze the sponge, so that all the water comes out and all the water dries naturally in any ventilated area. Do this once a week. Okay, this is the swum, he is nailing, he is nailing, so you don't have to worry about unhygienic, kind of. Okay? 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 Okay, so the one you can see is the one you can see. Okay? Okay. Okay. I think this is going to be a nail tip sign. falls nicht kann man da noch was dazu mischen jeder Typ ist natürlich schön und ja okay dann manche machen es auf die Hand manche auf den Schwamm manche direkt aufs Gesicht wir machen jetzt einfach auf den Schwamm okay entspann dich alles gut entspann dich ist alles gut ist alles 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 gut okay ich denke das dürfte reichen als nächstes habe ich noch hier so Art Makeup für unter die Augen also für oder gegen Augenringe es es guck ich bin ich zu nie ich Okay, dann mache ich das auch noch unter deine Augen. Braucht man nicht zu viel, da braucht man nicht zu viel. Aber dann brauchen wir nochmal das Schwämmchen, zum schön verteilen. Als nächstes mattiere ich das alles ein bisschen ab mit einem Puder und einem Brushpinsel. Entspann dich. Hier ist es ganz warm. Ich habe eingeheizt. Und du kommst langsam zur Ruhe. Und ich komme auch zur Ruhe, weil du so ein extrem angenehmer Kunde bist. Das Einzige, was uns ein bisschen stört, ist der Anwalt über uns. Der, ich weiß nicht, was er macht. Okay, dann... Ich trage hier ein bisschen Puder auf. Damit es alles ein bisschen matter ausschaut. Okay. Du kannst ruhig einschlafen. Oder halt entspannen und ein bisschen düsen. Du liegst da ja auch ganz entspannt. Und... Okay, now... Und du musst dir überhaupt nichts denken. Dass du dich von mir schminken lässt. Das ist völlig, völlig in Ordnung. Jeder darf zu mir kommen, der Lust hat, sich einfach mal fallen zu lassen. Okay, und dann... habe ich hier noch was für deine Augenbrauen. Das ist so ein Augenbrauenstift mäßig. Kann man quasi deine Augenbrauen ein bisschen betonen. Das ist so ein Augenbrauen. So ein Augenbrauen. Genau. Das würde ich dann auch noch machen, okay? Okay. 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 Okay, schaut mega aus, schaut ganz anders aus. Sehr schön vorgehoben, ja vorgehoben. Okay, also wir haben jetzt dein Gesicht eingecremt, wir haben Lippenpflege aufgetragen, wir haben Make-up aufgetragen, wir haben Puder aufgetragen, genau. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Sonnenschimmer für deine Lippen. Das ist ein mega hochwertiger, ja, Lippen-Tiegel-mäßiger, you know. Oh, ich zeig dir das mal. Ich nehm dann für dich aber logischerweise einen neuen Tiegel. Da haben wir schon. Ah ja, ich glaube, ich soll mal es trinken. Okay, dann trage ich das auf mit dem... Teil. Okay, perfekt. So. Und dann fehlt nur noch der Mascara. Ich glaube, es fehlt nur noch der Mascara. Ich glaube, es ist ja gut. Ich glaube, es ist ja gut. So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, dann könnte ich, wenn du willst, noch ein bisschen da ja auch hemmen. Bloß noch hier so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen, you know. Ja, bei mir ist das egal. Ich lasse wachsen. Da kann man nichts mehr retten. Und ich habe noch einen mega tollen Duft für dich. Mega, mega, mega. Mega. Zu guter Letzt noch ein bisschen an Creme für dich. Gerne. Okay. Riecht mega gut nach Orange. Ja, mega. Wie nehmt's bei? Ja. Ich denke, das ist das ich dann fertig bin. Und du siehst mega aus. Mega, 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 mega. Schön, dass du da warst. Und hoffentlich kommst du auch wieder. Ich finde, wir haben uns gut verstanden. Und ich hoffe, du bist ein bisschen entspannter jetzt. Und kannst du ganz unbeschwert in die Arbeit. Oder in die Schule. Oder auf eine Party. Oder egal, wo du hin willst. Denn pass auf dich auf. Und bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt. Hallo, alles mehr, Freunde. Mein Name ist... Da drin, K-A-K-A-O-K-A-O-K-A-S-M-A. Du bist okay, 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 du bist okay. Danke für jeden Support Bitte, bitte unterstütze mich mit einem Abo Damit ich mich Ein bisschen motivierter fühle Danke Für jede Hilfe, auch bei dem Brillenvideo Danke Ich werde wahrscheinlich Keine von den Brillen nehmen Aber Mir hat eigentlich auch die Erste und Letzte Brille am besten gefallen Ja Ciao Bis zum nächsten Mal Aber ich lieb Bin heute sehr müde Muss heute noch ins Geschäft Also in der Arbeit Okay Muss sein Meine Shield-Skills Zu Schau gestellt Ich weiß, ich bin Grinch Bis zum nächsten Mal Ciao 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 Ciao